Los geht die wilde Farts! Und es ist neblig. Warum ist es jetzt neblig? Weil ich ihn looten will. Spiel. Das macht man nicht. Oh. Oha, Messing! Aber was hab ich denn hier? Es ist unglaublich. Es ist typisch. So. Ach ja. So bin ich halt. So. Schlafsack. Kann man hier hinsetzen. Ähm. Jawoll. Und dann gehen wir los. Joa, machen wir hier von da hinten nach vorne. Oder? Auf gehts. So. Keine Möglichkeit verschätzen. Schützen oder wie man es sagt. Ihr wisst was ich mein. So. So. Dürft ihr alles wieder resetet sein hier. Jawoll. Pfff. Pfff. Durst hat er. Zwei gekochtes Wasser und ein Käffchen. Danke. Knüppel. 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 Die Hand. Oder es ist nicht resettet. Außerdem. Öl. Okay. Bringt euch sowas abzubauen hier. Bringt euch sowas abzubauen hier. Zement. Das kannst du eigentlich mitnehmen. Den kannst du mitnehmen. So. Noch. Oh Gott. Guck mal wie es da stehen. Sandwich. Kommt ihr durch? Echt jetzt? Leute. Ganz im Ernst. Bitte. Ist so schwer den hier zu machen. So. Ich weiß beim letzten Mal. War hier ein Bär. So. Das war nicht schön. Für mich. Ist das Kohle? Oh ja. Bisschen Kohle. Schön. Freue ich mich. Danke Spiel. Oh nicht. Kann man mitnehmen. Das gibt nichts. Ja komm. Also. Bitte. Physikle Versandkiste. Oh. Doppeltaschen-Mod für Rüstung. Das heißt die könnte ich mir jetzt eigentlich in meinen Lederstaubmattel reinballern. Oder auch nicht. Irgendwo sonst wo ich das reinmachen kann? Ähm. Ähm. Taschen-Mod. Plus eins. Da kann man das eigentlich nehmen. Und hier plus zwei reinmachen. Ja. Das sind plus drei. Was hat die drin? Doppeltaschen-Mod für Kleidung. Okay. Und hier haben wir ein Dreifach-Taschen-Mod. Kann man hier noch was reinmachen? Das ist nur der Licht-Mod drin. Militärweste. Okay. Was war das hier? Oster pro Sekunde und beweglich hat das Rabot sein. Ich würde sagen, das nehme ich rein. Raus. Mach das hier rein. Kann man mehr tragen. Gut. Komm mal. Okay. Alles klärchen. Hoch. Und schauen wir uns oben nochmal. Das haben wir noch. Da müssen ja eigentlich jetzt auch die Kisten so weit am Start sein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so. Das hier auf einmal erscheinen, ne? Das ist... Wo? Hier nebendran? Ma'am? Schrank? Oder nicht? Ach, wo unten. Das ist ein Sir. Keine Ma'am. So. Da war. Was war das hier? Ja, komm. Hier durchs Waschbecken. Jawohl! Super machst du das. Und Junge. Ganz toll. Ein Träumchen. Verkleidung. Kopftuch. Der ist ja auch nicht drin. So, hier war die Leiter, die hochführt. Da war alles ja ganz lax, glaube ich, runtergebrochen. Kuck. Oder ging das hier drüber? Ja, okay. Okay. Ötlandschätzeband 6. Okay, man kann nie genug Verbände haben und Stoff ist oftmals schwer zu finden. Also habe ich mir angeeignet, wie man Pflanzenphasen zu Stoff riebt. Jetzt habe ich genug Verbände, das ist mein Geheimnis. Hörn dir. Bing, gaga, dunk. So. Was haben wir hier? Technik-Freak-Band 4. Verwandle deinen robotischen Schützturm in eine provisorische Schrotflinte. Fertige robotische Schützturm-Patron. Schön. Hup. Okay, hat sich gelohnt. Jetzt will ich trotzdem mal gucken, ob es hier irgendwelche... Heizkörper gibt. Die man abbauen kann. Da ist mir runtergeplumpst. Da hat uns noch eine olle Tasche. Nee. Nichts mehr. Okay. Das Haus haben wir fertig. Rein, rein, rein. Alles fein hinein. Wie konnte ich das denn bitte schon daneben ziehen? Spiel. Okay. Auf zum nächsten Haus. Hallöchen. Ihr Lieben. I'm back. Das ist ja schön. Es gibt... Wie viel Messing? 225. Nice. Also Messing ist heute... Boah. Junge. Alter. Oh Gott. Ich hasse die. Oh. Diesen. Diesen. Richtig fies. Die Viecher. Oh Junge, 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 Junge. Irgendwas. Gut. Er sagt, ich muss da hinten lang. Folge dem Licht. Käffchen. Kochtöpfe. Vorhin habe ich sie gebraucht, ne? Und jetzt, äh, nicht mehr. Zwei B noch. Okay, da geht's zu euch. Geh erstmal runter. So. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob es das hier, das italienische Haus war. Das Mafia-Häuste. Oh. Ich glaube, es war nicht das Mafia-Häuste. Doch, es war das Mafia-Häuste, ne? Ich glaube schon. Oh, ein Traum. Oh Mann. Nice. Gemacht. Sehr gut. Jetzt kannst du eigentlich mal essen. Also zwischendurch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das war das Mafia-Haus. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Ich gehe jetzt nicht zu zweit. Das geht eigentlich. Das heißt, ich sollte vorsichtiger hier vorgehen. Ganz entspannt. Aller Ruhe. Aller Ruhe. Okay. Zement. Genommen. Waffentasche. Robotik-Teil. Okay, cool. Ja. Okay. Okay. naja kommt hier aus hier raus ja ok ihr pimmelchens wer ist denn da noch ok 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 so an sowas kann man hochklettern das ist ein bisschen mitz Ja, das nehmen wir mit. Aufgehen. So, dann gehen wir nach oben noch den Loot holen. Was für garstige Viecher sind nur sie. Das ist okay. Den Zement. Oh, Stumpi. Das ist noch Gepäck. Okay. Oh, nee. Schnauze. Bringt sowas? Ich weiß gar nicht. Bringt das hier? Soll ich mal ab an den Weg, ne? Sollte ich dann nicht irgendwie hier kaputt machen? Das wäre nicht gut. Vielleicht immer mit. Was hat das hier? Das bringt Messer. Messing in Action. Oh, ich hasse es, wenn die das machen, ne? Oh, gods. Oh, gods. Guck mal, Blaubeerkuchen. Cool. Guck mal, Blaubeerkuchen. Okay, ich muss erstmal zum Auto. Eigentlich, bevor ich hier weiter mache. Das nehmen wir jetzt. Das passt doch rein. Dann gehen wir erstmal zum Auto. Erstmal alles rein hier. Die Karre. Hör mal. Das kannst du verkaufen. Den ebenfalls. 85. Könnte mal reparieren, ne? 500, das ist eher was. Das ist schon mal ein Wort. Das ist okay. Jawohl. Gut. Dann rein. Und hoch. Da steht keiner. Wasser drin. Hier war ich eben. Okay, ich glaube, ich habe hier alles. Ja. Hier. Rezept für Kaffee. Cool. Ah, das war das Haus. Ah, Kohle. Kann man immer gebrauchen. Okay, dann war das nur hoch. Sehr schön. Jagd. Ja. Besser. Kann man zerlegen. Okay, noch mehr Rezepte. Dekor. X. Nichts. Und Bett. Cowboy Hut. Aber mehr nicht. Gar nichts sonst. Nichts. Nichts. Okay. Ja. Ist doch. Guck mal da! Oh ne! Toll! Oh, ein Pugel! Das ist ja cool! Da komm ich wieder durch. Dein Bein ist verstaucht. Oh Leute, das war doch nicht so hoch. Das war doch nie im Leben so hoch. Wieso hat er sich jetzt das Bein verstaucht? Ich hab einen Gipsfuß, ne? Im Auto. Macht er auch nicht. Okay, er wills nicht. Okay. Rezepts, Rezepts. Creme rein. Na gut, dann war das halt hier nicht so toll. So, hier rein. Haus für Haus. So schauts aus. Wie schauts hier aus? Schneller Schlag. Verbessere deine Reflexe, um einen schnellen Speerstoß auszuführen. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit um 10%. Guck mal, es gibt noch Messing. Wunder und Bärchen. Das gibt noch Ranze. Sonst ist hier auch nichts gewesen, ne? Okay, gehen wir mal nach oben. Kann man da noch oder kann man nach oben? Let's go up there. Ich finde es auch cool, dass wir jetzt Rezepte doppelt finden. Warum auch immer. So ist es. So. So, mal nach drüben. Okay. Okay. Hier irgendwo noch eigentlich ein Safe oder sowas in dem Haus. In dem nicht, aber in den anderen war noch was. Aloe Creme. Aloe Creme. Aloe Creme von Bär. Okay, aber das Haus könnte man eigentlich dann in Zukunft links liegen lassen. Aloe Creme von Bärchen. Das ist ja nicht so pralle. Aloe Creme von Bärchen. Aloe Creme. Aloe Creme von Bärchen. Bonus beim Schleichen. So, ich habe hier noch ein Level-Abhörner. Fällt mir gerade mal ein. Was wollte ich machen? Beweglichkeit, ne? Die leichte Rüstung hochpushen. So. Hört haltbar gerade 150. Jawohl. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen noch Beweglichkeit Level 7. Das heißt, den nächsten Oh ja. 2 Punkte. 4 Punkte. Das heißt, 5 Level. Ah, mal gucken. Mal gucken. Kurzum. Keinen drin. Aber Zement. Jede Menge Zement. Sehr gut. Danke. Das war super. So muss das hier nicht. Das hier. Das hier. Das hier. Da steht keiner. Echt? Echt? Was ist denn los? Das ist ja mal hier. Da liegen sie umso mehr. Wasser? Das war mal Wasser. Das war mal Wasser. Dann ein Bierchen mitnehmen. Okay. Oh, das ist eine grüne, ne? Oh, die halten so übelst viel aus, ne? 3.200. Die halten sehr viel aus. Brauchst du so? Das ist alles noch. Und Cement. Einmal. Zweimal. Voll. 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 Dann war ich hier, glaube ich, nichts mehr sonst, ne? Das ganze Gammelfleisch drin. Das will ich auch mal liegen lassen. Blei, super. So, jetzt hier, mach mal den. Oh, mach das mal weg hier. 30 Sekunden noch. Kann ich nicht rennen? Das ist furchtbar. Das ist aber so ewig. Sehr gut. Sehr gut. Also Messing gab es heute, muss ich sagen, bin ich ehrlich. Messing habe ich heute viel gefarmt. Ich dachte, es würde wesentlich anstrengender werden, da dran zu kommen. Aber hier, ne? Loot Tour ist mega. Ist super. Ich bin zufrieden. Das ist heute kein Problem, sondern wieder mit Zeiten an, die ganze Money, reinzukommen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr seid so scheiße. Ich habe keine Viecher hier. Mann. Schlimmsten Gegner ever. Ah, furchtbar. Super. Danke. Genau. Wegen sowas bin ich hier. Wegen sowas bin ich hier. Ganz wichtig. Gut. Ich gucke hier nochmal. Da ist auch noch einer. Oh, wo? Boah, halt. Mein Lauf. Ah. Oh, Stumpi. Oh Gott, du kommst ja auch. Oh Gott. Mensch. Also echt. Okay, das war auch meine Schuld. Ich habe nicht so weit geguckt. So ist das. So, da ist nur Alu drin. Oh, ich. Oh, cool. Ein bisschen Glas. Aber ich kann rennen. Das ist super. Endlich. Was haben wir hier? Ein Glas. Blei. Oh. Okay, er braucht noch. Dann, ähm. Bist du es schon mal. Das ist gleich. So. Oh Gott. Boah, alter. Mensch. Oh Gott. Oh nee. Oh. Oh. Wo kam die Hände jetzt runtergefallen? Bäm. Das klang ungesund. Ist das so einer? Durch den Karton. Wahrscheinlich wollte ich den gerade tragen, weißt du. Und, ähm. Ist ihm gefallen. Dabei. Habe ich irgendwas zum, zum, zum. Heilen. Start. Erst Hilfe-Verband. Ha, muss er sich unbedingt, aber ich habe genug von denen. Von daher. Gönn dir. Ein wenig Gesundheit. So. Hier sind alle Platz. Und Platter. Das ist auch mit hier. Und die Kisten. Ganz wichtig. Ja, genau. Eine Glücksbrille. Okay. Psst. Den Zement. Danke. Komm, hoch jetzt. Geht doch da hoch. Kollege. Mein Herr. Oh ja, genau. Das will ich. Ja. Panzerplatten-Mod. Okay, Autoteile-Kiste. Benzin- und Reparatur-Kids. Und Rezept für Käffchen. Okay. Ah ja, ist doch okay. Die haben wir schon. Das heißt, dann sind wir hier auch, was den Loot angeht. Fertig. Können zum Auto gehen. Das nächste Haus noch machen. Genau, hier hat der Polizist alles weggesprengt. Als er geplatzt ist, die Sau. Oh Gott. Und alles rein. Verkaufen. Verkaufen. Ich. Verkaufen. Rein da. Rein da. So, hier in dem Ding war noch ein Safe zu knacken. So. Genau. Okay. Bergmesser. Schade. Marmelade. Ich glaube, hier war noch. Ja, ja, genau. Das perfekte Wasser. Ist hier eigentlich noch was drin. Oh. 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 Hey. Die habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ja, besser später als nie. Cool. Waffentasche. Ja, gibt diese ordentlich Money. Schön. Freue ich mich. Cool. Dann machen wir oben. Zack noch. Wow. Ja, okay. Okay. Das Waschbecken. Da habe ich Knochen drin. Okay. Gut. Der muss ich noch mit. Okay. Und das hier noch. Der Auto ist eigentlich aller Bau, ne? Stompi. Komm. Warte, ich habe es gleich. Wolf. Der wird weg gesniped. Harol. Super. Was ist noch irgendwo hausmäßig was? Da drüben ist noch ein Tresor. Das würde ich noch mitnehmen. Ja, da fahren wir noch hin. Was zum Futtern dabei? Auto. Eventuell. Vielleicht. Ja. Einmal. Zwei. Das hält aber nicht lang an. Hier diese Suppe. Äh. Okay. Warte mal, zum Kuchen. Zum Kuchen könntest du essen. Gibt das doch was. Gibt doch ein bisschen HP. So, dann gehen wir hier in das Haus rein. Wo war da der Eingang? Hier vorn. Was ist noch ein Abdur? Ja, da geht es. Da geht es mal rein. Ich bin jetzt gut. Gar das. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja. Ich bin jetzt. so behindert, ganz im Ernst. So bescheuert. Okay. Triple, triple, triple. Sorry, sorry. Hey, oh Gott. Dezent erschrocken. So, das gibt's Messing. Und dann gehen wir herunter erstmal. Dann gehen wir hier rein. Pappkarton. Nicht. Okay. Kann man annehmen. Dosen. Kappe. Wer? Hä? Ein doppelder Loot im Koffer. Das machen wir nicht. Au. Okay, dann halt doch so. Ja, ja, ja. Ja. Besser ist. Oh, ja, genau. Das ist safe hier unten. Ähm. Kannst du essen? Kannst du mitnehmen? Bist du mit? Bist du mit? Jawohl. Das habe ich ja noch hier liegen lassen. Stimmt's. Da war was. Ähm. Jetzt wird's wieder gefüllt. Schön. Okay, Ötland-Schätze. Wasser brauchst du immer. Ich habe diesen Trecker ausgefunden, wie man Wasser reinigt. Okay. Halbautomatik-Mods. Cool. Was ist auch mal hier drin? Ach, Pirscher. Eisenvorschlaghammer. Kannst du zerlegen. Kind, wer verteilt hat? Das nimmst du mit. Okay, haben wir das jetzt auch mal abgeholt. Hier. Wohn der Bärchen. Kann mal rausgehen. Da gab's doch mal auf dem Dach noch was. Auf dem Dach war auch noch was, ne? Ja, da gehen wir auch noch mal. Den nehmen wir auch noch mal zu. So, verkaufen. Ähm. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Okay. Dann holen wir oben noch. Dann ist fertig. Fahren nach Hause. Gucken. Was, ähm. So passiert ist. Mit einem Kopf hier. Da gibt's noch Messing. Sehr wichtig. Habe ich jetzt bei den anderen Häuser aber auch nicht mehr drauf geachtet, ne? Okay. Heizkörper. Ganz, 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 ganz wichtig. Oh. Boah, Alter. Wo warst du denn? Hä? Ist das jetzt am Schrank? Oh, Gott. Alter. Dezent erschrocken. Okay. Okay. Also Messing ist heute wirklich zu. Nein. Oh ja. Sorry. Ich. Ich lerne es halt nicht. Lederschraubmantel. Das ist 1,4 und das ist 1,8. Der würde aber auch geil aussehen, ne? Oder? Ja, aber ich finde den anderen besser. Ich finde den besser. So. Kann man zerlegen. Gut. Das nehmen wir jetzt. Oh, und schon wieder morgen. Wie schnell doch hier der Tag vergeht, ne? Das ist schon krass. Schnauze. Halt deine Schnauze. Keiner mag dich. Das ist scheiße. So. Hoch hier. Bist du Deku? Ja. Bist du. Aber guck. Okay. Okay. Dann können wir nicht mehr alles. Okay. Hä? Lass hier durch. Lass hier hoch. Da entlang ist doch nicht der Hauptdun. Im Leben nicht. Okay. Ah, gut. Dann, dann. Dann bin ich halt fertig. Ey, oben auf dem Daher ist aber nichts. Nö, 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 nö. Gut, dann. Dann gehen wir zurück. Nach Hause. Und, ähm. Freue ich mich, dass ich hier so viel Messing bekommen habe. Dann gehen wir wieder. Zum 5-11. Hier lang. Okay, da lang. Schnellster Weg nach Hause. BABABAM! Bapadam. Geil. So. Alle hopp. Jede Menge. 1100 Messing. Das ist super viel. Das ist super, super viel. Ähm. 1600. Dann 200 Leih. Ist auch okay. Den Rest räume ich dann nebenher aus. So. Also. Messing heute hier. 6000. 13.800 Lehm ist für den Anfang auch sehr in Ordnung. Da machen wir jetzt aber noch Messing rein. So. Das ist viel wichtiger. Hier haben wir noch 6000 Lehm. Das ist auch okay. Ähm. Da haben wir 13.000 Lehm. Das ist super. Und hier können wir noch das Leih reinmachen. Okay. 5000 Rehm Lehm. 13.000. 13.000. Und hier können wir eigentlich auch mal noch Leben reinpacken. Während ich dann am Farm bin morgen. Können wir da nebenher noch Leben einschmelzen. 1500. Und noch Holz. Habe ich nichts mehr. Oh. Okay. Muss man auch holen. Gut. Dann haben wir hier noch Benzin. Das ist fertig. Hier haben wir nichts drin. Läuft das? Das läuft noch. Ist auch. Nicht gut. Hier ist das letzte Schießpulver fertig. Wunderbar. Hier haben wir Roni. Das macht's noch. Gut. Okay. Okay. Also Munition ist jetzt erstmal sicher. So. 300. 600. 900. 1000. 200. 1500. Schuss. 300. 600. 100. 1200. 1500. Ist okay. So. Da haben wir auch noch was im Petto. Also das sieht schon mal sehr sehr gut aus. Das ist sehr sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch die neuen Millimeter. Müsste ich noch machen. Und dann bin ich aber ruhig, dass es doch so gut hier heute Abend mit dem Farmen gehen. Dann heißt, ich könnte dann am Sonntag sind es noch drei Tage des Blutbunds. Dreieinhalb. Das heißt, drei Tage sind es viereinhalb Stunden. Erstmal fünf, dreiviertel, vielleicht sechs Stunden. Fünf, dreiviertel, fünf, dreiviertel. So in etwa haben wir noch Zeit, um die Scheune auf Vordermann zu bringen. Wie gesagt, ich werde morgen eineinhalb Stunden benutzen und Farmen gehen, dass wir hier mehr auch an Schießpulver herstellen können. So, ihr Lieben. Ja, war ein schöner Tag. Auf jeden Fall sehr produktiv. Ich bin sehr 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 erleichtert, dass es doch alles schneller ging, als ich mir gedacht hatte. Und ja, würde sagen an der Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn man nächstes Mal auch wieder mit bei werden. Wir sehen uns wieder am Freitag, dann geht es weiter mit Wahlheim. Auch da gibt es noch einiges zu tun. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao.